Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Fortnite. Heute mal im Solo-Modus. Mal gucken, ob ich das auch alleine gut hinbekomme. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, hab ihn. Ich hab irgendwie Angst. Oh Gott. Also cool ist es ja schon, ne? Das war's dann mit einer Runde Fortnite. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.